hallo und willkommen zu einer neuen folge dead by daylight und wir sind mal wieder in der polizeistation das aber schei gehen wir doch mal direkt hierhin da ist auch schon ein was macht ihr da das sah super wird aus habt ihr das gesehen also so als hätte sie kopfschmerzen da ist schon jemand am weg laufen wir versuchen heute mal wieder mit drei zu entkommen gucken mal ob das klappt für uns hier werden ganz viele ganz viele totems gemacht gucken ob wir den generator fertig schaffen wie sie geht sie lässt mich allein aber er ist schon gerettet worden von bill das ist die frage wo ist er oh gott natürlich ist es das kack viehmann das hat mich nicht gesehen mami das hat mich nicht gesehen holy shit wie kann das denn sein hat das war jetzt lucky ne absolut absolut glücklich so wir laufen mal ein bisschen weg und ich weiß nicht wo er ist oh das hast du nicht gehört oder du hast den gesehen ne oh was für ein glück ich grad habe mit twilight was da los uff lauf schnell lauf schnell weg twilight oh mist ich bin aber auch deppert gell ich glaub das nicht ich glaub das nicht unfassbar aber wir nehmen mal den umschlag hier mit weil wir es können so also wir haben ihn abgehängt fürs erste das ist ja schön dass ich das mal behaupten darf dass wir einen killer abgehängt haben passiert ja sonst nicht so häufig hier ist kein generator ne suchen wir uns doch jetzt mal einen neuen wir haben ja erst einen gemacht bisher okay zwei sehr schön sehr schön gehen wir mal hoch hier finden wir ja auch noch einen ich wollte doch sagen da sitzt doch einer an einem generator sie kommt so in unsere richtung ne sie gehen runter hat sie ihn abgehängt ne 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 er ist noch hinter ihr oder ich vertraue ihr nicht wo ist er denn jetzt der ist so mutig ne entschuldigung ich bin ein schisser aber ei 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 okay sie hat ihn aber abgehängt ne ne doch nicht oh mein gott wir sind richtig gut schaffe ich es heute mit Dwight zu entkommen das wäre absolut ne yo was war das für ein schrei so wir folgen mal hier dem David oder auch nicht warum rennt er da rum wo ist der David denn hin David er ist unter mir oder ich weiß nicht wo David hin ist was macht er denn lauf 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 ich hab keine ahnung aber der Bill ist an einem Jen der Bill ist an einem Jen wir gehen mal an den hier fuck man au aber er er interessiert sich gar nicht für mich das ist weird aber Bill ist fast fertig nein nein wo ist Bill ich seh ihn nicht die sind da hinten oh mach das Ding fertig mach das Ding fertig ja ja mach es fertig mach es fertig hier ist irgendwo ein Ausgang gewesen oder ne oh oh Mist wo ist denn der andere oh kacke man 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 oh kacke er ist hinter dem anderen her ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut nein wieso denn oh ihr seid so deppert ne warum macht ihr das es wäre so gut gewesen ach Gottchen komm ich hier irgendwie runter oh kacke oh kacke ach das ist kacke oh kacke oh kacke oh kacke ich habe hier einen Plan absolut hier geht es nach unten da ist noch ein Totem ich weiß leider nicht an welchem an welchem Generator die dran waren ich probiere es jetzt einfach hier der macht da ganz komische Sachen ich bin irgendwie irritiert was er da macht sie versuchen den Generator da hinten zu machen ja deswegen bin ich jetzt hier aber sie hingen auch noch nicht das ist sehr gut wir können das schaffen wir können das auf jeden Fall schaffen ist jetzt blöd dass ich halt da voll in der Nähe bin ich habe keine Ahnung was die da machen wirklich nicht oh sie kam runter los Ada Barbie jetzt müssen wir gucken wer zuerst fertig wird oh ist hinter er ist hinter David her oh wir sind alle dran wir sind alle dran Mist oh wir schaffen das wir schaffen das ich bin mir sicher wir müssen jetzt nur noch das blöde Tor aufbekommen es gibt zwei ich würde eigentlich gerne gucken ob ich ans andere Tor komme das wäre eigentlich viel schlauer ne wenn ich da vorbeikomme jetzt oh oh lol oh lol ich komme da nicht vorbei ich würde gerne da vorbeigehen wir haben jemanden der das Tor aufmacht das ist sogar hier das Tor er hat das Tor aufgemacht jetzt darf er halt nur okay der andere ist beim anderen Tor oh oh shit hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir okay okay wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir sind mit Dwight entkommen oh mein Gott ja endlich haben wir diese blöde Daily Quest erledigt holy shit war das gut ich weiß zwar nicht was er da gemacht hat weil er die Leute alles hat liegen lassen aber für uns war es richtig gut nice oh das macht mich glücklich das ist schön so was haben wir uns verdient einen Pöppel sehr gut ja die anderen kommen auch langsam raus schätze ich was passiert da noch ja keine Ahnung nicht so viel die Barbie wird verfolgt und ist raus okay sehr gut dann würde ich sagen sehen wir uns direkt in der nächsten Runde wieder bis gleich da 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 jemand wollte hier hin ist das nicht schön ich war es auf jeden Fall nicht ich weiß wen wir als Killer haben und ich habe absolut absolut Bock absolut es ist einfach das schönste was ich mir vorstellen kann auf dieser Map diesen Killer zu haben oh er ist anscheinend in der Nähe weil sie stand eben noch neben mir ich weiß nicht wie schnell sie weggekommen ist oder nee das ist jemand anderes wer ist denn das doch doch es ist der von dem ich denke dass er es ist ich hasse es ich hasse den Trickster der nervt ja und da war es down ich muss mir auch mal eine Karte mitnehmen weil ich für diesen komischen Spalt oder wie das heißt diesen Quest mit der Karte hab ich habe Angst dass er zu mir kommt so ein bisschen oh hi kann man doch mal gucken ob wir da helfen können ich mag nee hier ist natürlich kein Ausgang man kann nicht so easy ran sneaken wie man das möchte oh Mist ja er hängt halt anscheinend da rum ne so wie ich das sehe ach komm jetzt wirklich oh das ist immer am falschen Ort ne ja komm leck mich doch einfach Mist Sau ey wirklich das ist ich hasse ich hasse sowas er ist halt da rumgelungert schon wieder ne wieso das ist so traurig absolut jetzt komm nicht zu schnell bitte das ist ja er ist doch noch da er ist doch einfach noch da leck mich doch am Arsch einfach wirklich folgt der anderen und lass mich in Ruhe hier ist kein Ausgang hier geht's ach wir müssen uns selbst genesen okay ich see machen wir schnell es tut mir leid dass unser Generator jetzt da oben irgendwie nicht fertig geworden ist aber ne da könnt ihr vergessen dass ich retten gehe wenn der da die ganze Zeit rumlungert find ich kacke ja sie versucht zu fliehen versteh ich ups warum auch immer das gerade passiert ist ich renne dem doch gerade schon wieder entgegen oder wo ist er denn okay einer hat was geschafft ich weiß nicht was gerade passiert hier wo ist er denn da rennt er rum okay sie sie hat jemanden oder er hat jemanden ich weiß nur nicht wo oh da natürlich es ist so dämlich ja es ist so dämlich wirklich absolut oh man das ist halt kacke ich glaube ich bin tot jetzt ich glaube da kommt keiner holen das ist halt doof weil ich habe mir gerade einen köppel verdient ja und jetzt jetzt kommt er wieder so ein Arsch und gönnt es mir einfach nicht man it's so sad kommt sie echt holen ne oder ich meine er hängt ja hier rum er hat keinen Herzschlag er hat keinen Herzschlag er bleibt hier er bleibt hier ja geh 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 das ist das ist traurig wieder das ist so typisch es ist Samstag früh Samstag ist Wochenende ich habe mit nichts anderem gerechnet tatsächlich wirklich nicht es überrascht mich nicht aber gut damit leben wir heute ist dann halt eben schnell vorbei oh oh das ist spannend er nimmt sie direkt hoch und versuchen mal ein Stück wegzulaufen stellen uns hier hin und gucken mal ob der Sunny Kasten für uns noch reicht ja das ist glaube ich nicht so dran wir haben einen Generator gemacht schwierig ja sie hat sich auch sterben lassen das ich gönne sie ihm halt einfach nicht ne das sind so Arschgeigen denen gönnt man nicht dass sie alle bekommen wenn er mich kriegt hoffe ich dass der Leo wenigstens die falsche findet hi aber wir versuchen es wir geben uns hier mühe noch hört man nichts er ist da er hat gerade die Karte aktiviert und er wird jetzt natürlich zu uns kommen und er blockiert mich nice das war's ich kam jetzt leider nicht mehr weg na gut dann hocken wir uns jetzt hier ich kann mich leider nicht heilen das ist bisschen traurig ich weiß auch nicht ob es sich am Ende lohnt ihn holen zu gehen weil er bleibt halt da ich kann es versuchen vielleicht kommt er dann raus wenn ich mich opfere komm we can do it nein da ist kein Fenster ok doch da war eine Tür ja was soll man da machen ich hätte jetzt natürlich auch einfach gehen können aber ja nick du nur ich merke mir deinen Namen spielverderber absolut der sitzt jetzt zu hause und denkt der wäre so richtig gut in dem spiel ne kloppt ja aber wir wissen es zum glück besser wahrscheinlich auch nur so ein zwölfjähriger der sich jetzt gut fühlt gönnen wir es ihm auch er darf sich eine ein paar minuten lang gut fühlen ja wird er verloren schade 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 aber hey wir haben die erste runde mit Dwight geschafft das ist für mich schon das schönste was ich erreichen konnte heute und dann danke ich euch wieder fürs zuschauen und wir sehen uns morgen wieder tschüssi schade